Willkommen auf Castor zu Hier beginnt er schon So, und ist Ja, den 31. Mai 2013 Und hier links ist ne Tankstelle Ist Sprint geht er noch so halbwegs Von rechts ist irgendwie so eine Dreherei Auch super da freundlich Wir fahren jetzt links rum Dann wollen wir erstmal gucken Erstmal zum Ortsausgang und dann nochmal zurück So Jetzt haben wir hier den linkseitig Da ist auch noch Gebüsch Da bleibt Gebüsch, da wurden auch welche Geht Das ist gerade im Stau oder sonst Das war's Hier müssen wir mal anhalten Mal Kontrolle machen Hause So, geht wieder zurück Hier ist Grill Hier bis irgendwo Ich möchte jetzt auf dem Plakat laufen Hier ist ne Provenzialversicherung Geht so hoch auch Rechts, links rein, rechts rein, links rein Hier Hier mal gucken Hallo Hier wollen wir halten Dann mal Post wegprägen Briefmark kaufen Und dann können wir noch ein bisschen anderes einkaufen Und nochmal pausen Hier haben wir mal Briefmarken gekauft Muss ja auch sein Beschwerdebriefe wollen wir auch abschicken können Ja, Kasshoff Das ist der 31.5. Ein paar kleinbürgerliche Häuser Da ist unser Internet Hier drin Was haben wir da denn noch? Guck mal Deutz ist das Hier so einen glaube ich auch da Hallo Freunde Ja, woher hier die ganzen Trecker Die wollen sonst wohin Hallo 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 Die kennen mich alle Ja Langsam langsam Hier wird geblitzt Guck mal Und das haben wir gleich Jetzt wollen wir Ja, ich weiß schon Jetzt wollen wir Eine Blitzkontrolle kontrollieren Ist auch gut so Muss auch sein Guck mal hier wird irgendwo geblitzt Da ist sie Er baut da gerade auf da Muss auch gesehen werden Hier das ist er da Der gute Mann Ja Ja Er justiert das auch ein bisschen Er muss auch gezeigt werden Denn er zeigt ja auch andere Ja Hey Was hab ich denn noch? Hallo Ja, hier bin ich sehr beliebt hier in Kasshoff Das ist nicht überall so Wir wollen hier noch nach Lübeck Und Können wir sehen So, erstmal Tschüss